Ja hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 3 Remake. Hier und jetzt mit eurem Wrestler1973. Hell yeah! Ja, der Fischer und Fischerinnen in der Kanalisation. Ja, es geht weiter. Schön seid ihr auch wieder mit dabei. Ich wünsche euch ganz viel Vergnügen, viel Spass dabei und wir gehören uns. Moment, haben wir da noch etwas? Wir gehören uns später, kann ich mal sagen. Ja, im letzten Part haben wir Fische eliminiert und sind vom Nemesis verfolgt worden und jetzt geht es weiter. Ja, ich hoffe euch gefällt das Video, wie ich das in den letzten Parts auch gesagt habe. Ja, los, gehen wir weiter. Ähm, was haben wir da? Gut. Oh, da. Oh, eben guten. Wir ziehen weiter und... Oh, tschüss. Haben wir da noch... Nein, das ist gut. Oh, der ist das, Ado. Stars. Ähm, wo müssen wir hin? Ah, hier hoch. Weiter hoch, weiter hoch. Ich bin fast grilliert worden. Stars. Halten, halten, halten. Er kommt, er kommt, er kommt. Äh, oh, Heilung haben wir genühen. Da haben wir auch genühen. Sehr gut. Gehen wir weiter. Äh, Moment, ich kann noch etwas kombinieren. Das da hier kombinieren mit dem da hier. Sehr gut. Hier die Stecken auf. Los, 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 los. Er kommt. Staaaars. Es geht Action, Leute. Es geht Action. Staaaars. Da, hier durch, hier durch, hier durch. Und wo geht es hier durch? Gut. Durch das Feuer. Gumpen. Jump. So. Sieht schon cool aus, da hier, Leute. Jump. Sehr gut, sehr gut. So. Das Geräusche ist abeinander. Hier die Stecken auf. Los, los, los. Sehr gut, sehr gut. So. Dann machen wir da noch, äh, pff. Ich glaube, wir haben genug. Wir speichern hier. Ich hoffe, dass jetzt alles mit den rechten Dingen zu und her geht. Aber ich habe das Gefühl, oh, da ist eine grosse Fläche. Was passiert hier? Ja, ich habe es schon gedacht. Ja. Ich habe es schon gedacht. Ich habe es vermutet. Staaaars. Also, das heisst. Ausweichen. Ausweichen. Looten. Sehr gut. Hier haben wir das Kräutchen. Sehr gut. Komm, 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 komm. Oh, 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 oh. 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 Das ist Bossfight. Live. Worte schauen. Also, das hier hilft schon. Hilft schon viel. Wir machen das die Runde. Und tschüss. Und tschüss. Er kommt hier durch. So, komm, 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 komm. Ja, das Das möchte auch etwas länger gehen. Oh shit! Moment, wir nehmen das Kräutchen. Gut, wir sind gesund. Nachladen. Und tschüss. Aha, wir haben den Kasten wieder rein. So, komm. Nachladen. Das ist jetzt ein hartnäckiger Kalt. Ach, scheisse. Wir sind voll im Feuer drin. Ach Mist. Äh, heilen, 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 heilen. Moment, heilen, heilen. Äh, ne, heilen, heilen, heilen. Aber schnell, da hier. Oh, weicht der noch aus da. Der weicht der noch aus hier. hier. Oh. Der kleine Feuermelder hier. So, komm. Ach, shit. Bin ich voll gegen den... Stores. Ähm. So. Der weicht ja verdammt aus. Ja. Oh, oh. Ich bin orange. Oh, oh. Stars. So, komm, 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 komm. Schraubflinte. Boah, der ist der schnell hier. Ja, ich berate Leute. Ich gehe drauf. Ich habe nichts zum Heilen. Ja, ich habe es gewusst. Ja. Nein, also. Nein, ich weiß es nicht. Nein. Nein. Ja, ja. Das ist Wahnsinn. Ich glaube, ich sparte mit Kommentaren hier und konzentriere mich jetzt auf einen Bossfight hier. Dann hören wir uns später, Leute. Ja, jawohl. Ähm. Da hier. Nein, ist gut. Ich bin gut. Okay. Leute. Bis nachher. Ah, nehmen wir noch etwas zum Lesen. Oder auch nicht. Gut. Weiter. Ich tue mich da mal konzentriere auf das. Ich tue mich da mal konzentrieren auf das. Okay. Geh die Gung. Geh die Gung. Geh die Gung. Nein, es ist eine scheisse Armada hier. Der weicht einfach jetzt aus. So. Voila. Nein, nein, nein. Ach, Mann. Ja, ja. Das hat keinen Sinn. Das hat keinen Sinn, Leute. Ich habe keine Heilung mehr und nicht mehr. Oh, das ist ein Sinn. 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 Du bist ein Sinn. Oh, das ist ein Sinn. Oh, das ist ein Sinn. Oh, das ist ein Sinn. Das sieht schön aus dort. Drehen wir da im Kreis rum. Hm. Yes! Wooh! Jawohl! Stars! Ah! Beim zweiten Anlauf, Leute! Woohoo! Hell yeah! Ja! Puh! Puh! Cooler Postkampf, muss ich sagen. Ganz cool, Leute! Ganz cool! Jawohl! Wir haben zwar nichts zum Heilen, aber wir haben auf jeden Fall noch Orange. Das ist ein gutes Zeichen. Ja! Ja! Der Mistkerl ist tot! Gut! Scheiss, Karl! Was hast du dir dabei gedacht, als Köder herzuhalten? Du hättest sterben können! Komm, spar dir das! Ich hab getan, was nötig war! Ich weiss, und... Danke! Die U-Bahn ist abfahrbereit! Beeil dich! Ja! Jooo! Zur U-Bahn-Station! Sollten wir... Blau! Gut! Jetzt haben wir alles versucht! Jawohl! Ja, Leute! Schreiben doch das... Worti... ...in den Kommentarinnen. Also im Kommentar, sagen wir es so. Wie ihr den Bossfight, äh... ...gefunden habt. Also mir gut denkt, von dem her... Okay! Ich habe nichts zu bemängeln! Hier haben wir alles versucht! Sehr gut! Sehr gut! So, kommt! Hallo! So, kommt, kommt! Hoi! Komm! Und tschüss! Cool, cool! Ah Leute! Das... Kennt ihr das da hier? Da hier! Das ist auch von... Resident Evil 2! Das da hier! Kennen wir doch, oder? Sehr gut! Das können wir gut brauchen! Also... Das kennen wir vom 2 her, da! Da hier! Da hier ist eine Polizeistation! Und da ist der... Mr. T! Aufgetaucht! Mr. T! Genau! Der Mr. T! So! Aufgetaucht! Für diesen hohen Menschen... Für diesen... Für diesen verschwenden wir keine Munition. Für diesen hier auch nicht! Uh-oh! Nö-nö! Ich glaube, hier müssen wir dann auch weiter. Aber ich gehe zuerst da rein. Oh, sehr schön! Moment. Ah, hier. Kombinieren mit Schroppeln. Jawohl! Sehr schön! Was haben wir hier noch? Grünes Kraut, gut. Stollen-Munition haben wir auch noch gefunden. Sehr schön hier. Schiesspuffer, auch gut. Ich kann gleich kombinieren mit dem anderen. Ja, sehr schön! Oh, Schroppel-Munition haben wir genug. Ähm... Jetzt haben wir auch noch ein grünes Kräutchen. Jawohl. Heilen! Sehr schön! So, jetzt sind wir wieder fit! Gut! Haben wir alles? Nein! Hier fehlt noch ein Sprengstöffchen. Moment! Ist das eigentlich auf dieser Seite? Moment! Ah, hier haben wir es! Gut, das können wir auch gleich kombinieren. Wir kombinieren mit dem hier. Sehr schön! Jetzt haben wir wieder... Brandgranate. So! Weiter geht's! Oh! Kendo! Kendo! Gut, ist übertrieben. Sorry für den Schrecken eben. Ich wusste ja nicht, was mich erwartet. Aber echt! Hör zu! Wir benutzen die U-Bahn, um Lotte rauszuschaffen. Bist du dabei? U-Bahn? Nun... Gute Idee. Wenn wir draußen sind, gibt's viel zu tun. Wir brauchen jemanden wie dich. Was ist? Nichts ist nur... Nur schlechtes Timing. Hör zu, ähm... Sorg dich nicht um mich. Ich bin schon einen anderen Weg, okay? Das musst du! Du bist hier der beste Waffenspied. Ach nein. Mach keine Dummheiten. Oh, das... Das ist dein Job, was? Ach komm, Kendo! Ach komm, Kendo! Wenn du zur Station willst, nimm am besten die Seitengasse. Vorne beim Laden. Okay? Der Schlüssel hängt an der Wand. Okay... Ah, hier! Schlüssel. Gut. Haben wir jetzt alles? Ja. Hm... So... Was haben wir? Was können wir hier verstauen? Nichts. Gut. Wie die Urte speichern. Wie die Urte speichern. Und weiter geht's. Hier haben wir jetzt alles durchgesucht. Jetzt kommen wir hier durch. Der Schlüssel haben wir. Von Kendo. Jawohl. Jawohl. Können wir einfach den Schlüssel jetzt fortschießen, oder? Der ist mal raus. Das tut nichts mehr diegleichen. Gut. Können wir den Schlüssel sofort? Ja. Den können wir weg tun. Jawohl. So. Weiter geht's. Ah, eben doch. Ich wusste. Ich wusste. Nein, 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 nein. Ach, Mann. Ach. So. So. Äh, ein bisschen doofer einer da. Was? Tut es die Tür? Oh, oh. Ja komm runter. Nein. Weiter. Und tschüss. Und tschüss. Haben wir noch irgendwas? Nein. Wir haben nichts solches. Gut. Wir gehen weiter. Huh. Was haben wir hier, Schönes? Ach, nein. Yes. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Wir gehen hier. Wir kontrollieren. Hier unten. Was haben wir hier Schönes? Aha. Den Dietrich brauchen wir. Jawohl. Was bekommen wir Schönes? Oh. Sehr schön. Sehr schön. Brauchen wir Dietrich noch? Ja. Den brauchen wir noch. Und hier haben wir alles. Hier haben wir noch etwas zum Lesen. Guten Tag. Und wir gehen weiter. Es ist blau hier. Das heisst. Sagt es mir. Was heisst das? Was heisst das? Was heisst das? Was blau ist? Alles. 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 So. Gut. Ach ja. Ach nein. Nicht schon wieder. Oh. Oh. Shit. Seckle. Seckle. Woah. Huh. Geh weg. Weg. Huh. Raketenwerfer. Ach shit. Müssen wir überhaupt diese durch? Oh. 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 Es ist so cool Leute. Es ist so cool. Dann facebookидestivalodend. Er rient zudig systeme. Oh. Pfl Melanie. Nein! Es ist mega! Ähm, was haben wir da? Heilung. Gut. Hey, wir hatten doch Heilung! Ja, ich wollte es sagen. Steigen auf, steigen auf. Ach, also die Leitere meine ich. Hier runter. Sehr gut. Noch da? Jo. Ich glaube, ich weiss, wie man ihn aufhalten kann. Komm zurück zur Station. Und füllen direkt zu euch. Schon okay. Vertraue mir. Jetzt muss ich schauen. Ähm... Genau, hier hoch. Hier hoch, hier hoch, hier hoch. Jo. Ach du Scheisse. Uff. Weg, 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 weg. Uh. Wahnsinn. Oh, Stars. Er ist wieder da. Uh, weg, 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 weg. Los, 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 los. Oh. Oh. Fluchten, fluchten, fluchten. Hier lang. Yo, Carlos. Ich komme. Carlos, Carlos. Das ist mega. Hey. Alles klar? Juh. Stars. Los. Komm, back in die Nightspa. Oh. 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 Hey. Alles klar? Hammer, Hammer, Leute, Hammer! So, zu U-Bahn-Stationen gehen. Äh, hier ist gut. Okay. Es ist mutiger als ich. Also, das zählt ist, dass wir jetzt alle aus der Stadt bekommen. Ja, dann bist du sicher. Okay, ich mache noch eine Horte hierauf. Wie sieht das hier oben aus? Das waren wir am Anfang. Ja, das ist natürlich alles zu tun. Da verstauen wir auf dem Aufhell etwas. Damit wir ein wenig Platz bekommen. Aber die Kietrich. Ah, den könnten wir... Ja, den brauchen wir später auch noch eins. Oh! Da können wir jetzt natürlich auch nicht mehr durch. Okay. Voilà. Aber was soll's? So. Okay. Carlos, ich bin da. Was ist mit dir? Wie es aussieht, werde ich die Bahn nicht nehmen. Warum? Wieso nicht? Es kommen neue Befehle. Wenn das hilft, die Stadt zu retten, macht mir das nichts aus. Okay. Okay. Carlos. Buenos dias, Carlos. So. Gut. Nehmen wir mal die U-Bahn. Gute Arbeit. Dein Ruf ist wirklich verdient. Steig ein. Die U-Bahn fährt gleich ab. Carlos Tyrell, ihr habt eure Befehle. Ihr müsst wieder raus in die Stadt und Nathaniel Bart finden. Das ist nicht der letzte Zug raus, oder? Keine Sorge. Sobald die Zivilisten sicher sind, kommt die Bahn zurück. Schon gut, geh ruhig vor. Ich geh schon nicht rauf und lasse dich in der kalten Welt, ohne Carlos zu rücken. Okay. Die Friese. Hier müsst ihr diesen Forscher finden. Sein Impfstoff könnte uns alle retten. Siehst du? Du lernst. Das ist ja. Nur sein eigenes Leben ist wichtig. Ich glaube. 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 Du glaubst nicht wirklich, dass als Schreibtisch-Täter wie Bart noch lebt, oder? Angeblich tut er das. Warum? Sorgst du dich von deinen Kollegen? Oder was anderes? Guck mich, dass hirnlose Zoppis einer Kolonne so auflauern kommt. Guck mich, dass das Tor verschlossen war. Meinst du nicht? Was war das? Wieso ist dieses Arschlag nicht tot? Nein! Lass es! Komm! Hier lang! Nicolai, was machst du? Er ist nicht hinter mir, ja. Nicolai! Nicolai, du faustierratze! Du faustierratze! Nicolai! Du faustierratte, du! Ja Leute, ich habe immer noch Kommentare bekommen, wegen der Szenen hier in der letzten, ob das von Metro Exodus der Miller war. Ich hoffe, ich komme hier noch in die Kommentare. Und sonst macht es auch nichts. Aha, okay. Behalte einen klaren Kopf, Romeo. Hier ist die Polizeistation. Romeo. Sieht mir eher wie ein Friedhof aus. Ja Leute, ich würde sagen, ich beende den Part hier. Es war eine actionreiche Part. Ich hoffe, das Video allgemein hat euch gefallen. Ähm, lasst doch einen Like da. Oder du kommentieren und abonnieren. Es ist alles kostenlos. Alles gratis würde mich freuen. Mehr will ich gar nicht. Ja. Ich denke, wie das hier weitergeht mit dem Carlos. Und es hat mir dann schon Hunger, bis es mit der Jill ausgegangen ist in der U-Bahn. Ähm, ja, das hat mir wahnsinnig Hunger. Und wir haben jetzt mit dem Carlos eine coole Waffe hier. Und ähm, ja. Es würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Part auch wieder mit dabei seid. Wer es wieder heißt. Resident Evil 3 Remake. Hier und jetzt. Mit dem und eurem Wrestler 1973. Hell yeah und bye bye.